Wir haben eben gesehen, Amazonia, Belize 1. Samba-Schule und jetzt in der Stadt steht Yuriosa, die als Motte dieses Mal haben, die sieben Spektralfasen der Regenbogen sozusagen. Genauso gut mit dem Regenbogen kommen sie da auch angelaufen. Der Wagen Nr. 29. Auch eine Gruppe, die seit dem Anfang des Karneval der Kulturen vorbei ist. Vor allem mit ihrem Brasilianischen Kopf. Dada heißt er und die Gruppe bringt uns immer sehr schöne Themen hier mit rein und vor allem Farbe. So, darf man ja nicht vergessen. Was ist ganz schön alt. Nein. Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018